Hallo, liebe Zuschauer. Heute stellen wir euch das moderne gepanzerte Kampffahrzeug Ajax AFV vor. Wir werden alle Details dieses beeindruckenden Fahrzeugs mit euch teilen, von seinem Design über die Technologie, die Waffensysteme, die Motorleistung bis hin zur Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. In diesem Video werden wir sowohl die ingenieurtechnischen Meisterwerke als auch die Effektivität des Ajax AFV auf dem Schlachtfeld im Detail untersuchen. Wenn ihr an Militärtechnologie interessiert seid, vergesst nicht, das Video bis zum Ende anzusehen und unseren Kanal zu abonnieren. Lasst uns loslegen! Der Ajax AFV wurde von Großbritannien entworfen und von General Dynamics UK produziert. Dieses Fahrzeug wurde entwickelt, um den Bedarf der britischen Armee an gepanzerten Kampffahrzeugen zu decken und bietet eine erstklassige Leistung auf modernen Schlachtfeldern. General Dynamics UK ist ein Riese in der Verteidigungsindustrie, der besonders durch Zuverlässigkeit und innovative Technologien hervortritt. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf die Details dieses Fahrzeugs. Der Ajax AFV ist ein gepanzertes Kampffahrzeug, das für die Komplexität moderner Schlachtfelder entwickelt wurde. Seine niedrige Profildesign hilft ihm, feindlichen Radaren zu entkommen, während seine Beweglichkeit ihm ermöglicht, sowohl in städtischen Operationen als auch in offenen Gelände hervorragende Leistung zu bieten. Das Panzersystem des Fahrzeugs besteht aus Verbund- und reaktiven Panzerungsmodulen, die je nach Bedrohungsniveau angepasst werden können. Zum Beispiel bieten reaktive Panzerungen, die die Explosionswirkung verteilen, hohem Schutz vor RPG- und Panzerabwehrraketen. Darüber hinaus erhöht der V-förmige Rumpf, der gegen Minen und selbstgebaute Sprengsätze, IED, konzipiert ist, den Schutz der Besatzung, indem er die Explosionswirkung reduziert. Das Innendesign wurde mit Blick auf den Komfort und die Effizienz der Besatzung entwickelt. Ergonomische Sitze und stoßabsorbierende Federungssysteme minimieren die Ermüdung selbst bei langen Einsatzzeiten. Der Ajak AFV bietet ausreichend Innenraum, um acht voll ausgerüstete Infanteristen zu transportieren. Dies macht ihn zu einem vielseitigen Fahrzeug für sowohl Kampf- als auch Logistikoperationen. Der Ajak AFV ist eine Plattform, die mit der neuesten Technologie ausgestattet ist. Das Fahrzeug stellt der Besatzung dank integrierter Kommando- und Kontrollsysteme taktische Echtzeitdaten zur Verfügung. Diese Systeme analysieren die Situation auf dem Schlachtfeld in Echtzeit und liefern der Besatzung kritische Informationen für Zielerkennung und Bedrohungsbewertung. Das Fahrzeug ist mit einem 360-Grad-Kamerasystem ausgestattet, das die Umgebungswahrnehmung verbessert und einen großen Vorteil bei der Erkennung feindlicher Elemente bietet. Diese Kameras können hochauflösende Bilder sowohl bei Tag als auch bei Nacht liefern. Thermische und Infrarotsensoren bieten besonders bei schlechten Sichtverhältnissen hervorragende Leistung. Elektronische Kriegsführungssysteme sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Ajak AFV. Diese Systeme können feindliche Kommunikationssysteme stören, GPS-Signale blockieren und ihre eigenen Netzwerke vor elektronischen Angriffen schützen. Das Fahrzeug kann zudem mit unbemannten Luftfahrzeugen, UAVS und anderen Unterstützungsdiensten integriert arbeiten, was die gleichzeitige Informationsweitergabe auf dem Schlachtfeld ermöglicht. Die Waffensysteme des Ajak AFV sind sowohl für Verteidigungs- als auch für Angriffsmissionen optimiert. Die Hauptwaffe ist eine 30 mm Automatikkanone, die eine effektive Feuerkraft gegen eine breite Palette von Zielen, von Infanterieeinheiten bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen, bietet. Zusätzlich ist das Fahrzeug mit einem 7,62 mm Maschinengewehr und einem Panzerabwehrraketensystem ausgestattet. Die Panzerabwehrraketen bieten eine abschreckende Kraft, insbesondere gegen feindliche gepanzerte Fahrzeuge. Dank des ferngesteuerten Waffensystems können Ziele angegriffen werden, ohne die Sicherheit der Besatzung zu gefährden. Die Waffensysteme sind mit automatischer Zielverfolgung und ballistischen Berechnungsfähigkeiten ausgestattet und gewährleisten auch bei beweglichen Zielen eine hohe Treffgenauigkeit. Darüber hinaus können die auf dem Fahrzeug befindlichen Nebelgranaten als schnelle Verteidigungsmaßnahme eingesetzt werden, um die Sicht des Feindes zu blockieren. Der Ajak AFV ist mit einem starken und zuverlässigen Motor ausgestattet. Der 600 PS starke Turbodieselmotor verleiht dem Fahrzeug trotz seines Gewichts von 25 Tonnen hervorragende Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. Er kann eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde erreichen und hat eine Reichweite von 600 km, was ihn ideal für Langstreckenoperationen macht. Das vollständig unabhängige Federungssystem sorgt dafür, dass das Fahrzeug selbst unter schwierigem Gelände stabil bleibt. Der Ajak AFV ist in Ketten- und Radversionen erhältlich, was ihn für verschiedene Einsatzarten anpassbar macht. Die Kettenversion ist ideal für schwierigere Geländebedingungen, während die Radversion in städtischen Einsätzen schneller und leiser ist. Der intelligente Fahrmodus optimiert den Kraftstoffverbrauch und minimiert gleichzeitig die Umweltauswirkungen. Diese Funktion bietet einen erheblichen logistischen Vorteil. Der Ajak AFV ist für herausragende Leistung unter schwierigen Geländebedingungen konzipiert. Das Fahrzeug kann auf Neigungen von bis zu 60 Grad fahren und problemlos Wasserhindernisse bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern überwinden. Diese Eigenschaften machen den Ajak zu einem vielseitigen Fahrzeug für jede Art von Mission. Der niedrige Wendekreis erhöht die Manövrierfähigkeit in engen Bereichen. Darüber hinaus sorgt das integrierte Brems- und Stabilitätssystem dafür, dass das Fahrzeug auch bei schnellen Stops und plötzlichen Richtungsänderungen stabil bleibt. All diese Eigenschaften machen den Ajak AFV zu einer hervorragenden Wahl sowohl auf dem Schlachtfeld als auch bei Aufklärungsmissionen. Kommen wir zu den Vorteilen des Fahrzeugs. Der Ajaks bietet dank fortschrittlicher Panzerungstechnologie einen hohen Schutz. Es ist sowohl gegen Panzerabwehrraketen als auch gegen Kugelangriffe widerstandsfähig. Der Ajak AFV ist sehr geländegängig und kann sich mit hoher Manövrierfähigkeit in schwierigem Gelände bewegen. Diese Eigenschaft erhöht die Flexibilität auf dem Schlachtfeld. Als gepanzertes Kampffahrzeug kann es nicht nur zur Truppenbeförderung eingesetzt werden, sondern auch für Feuerunterstützung, Aufklärung und Kommando- und Kontrollfunktionen. Fortschrittliche Sensoren, Nachtsichtssysteme und hochpräzise Waffensysteme machen den Ajaks bei allen Bedingungen Tag und Nacht effektiv. Die modulare Ausstattungsmöglichkeit für verschiedene Aufgaben erhöht die Vielseitigkeit des Fahrzeugs. Die Nachteile des Ajaks AFV sind, dass aufgrund der fortschrittlichen Technologie und des Panzerungssystems die Produktions- und Wartungskosten hoch sind. Dies könnte langfristig das Budget belasten. Aufgrund seiner Panzerung und Ausrüstung ist das Fahrzeug ziemlich schwer, was die Beweglichkeit und den logistischen Transport erschwert. Zudem können die Wartungs- und Reparaturzeiten für schwere Fahrzeuge länger sein. Wegen der Panzerung und der schweren Bauweise ist die Geschwindigkeit des Ajaks im Vergleich zu leichteren Fahrzeugen begrenzt. Dies könnte bestimmte operative Geschwindigkeitsanforderungen erschweren. Die fortschrittlichen Technologien des Ajaks AFV können die Wartungs- und Reparaturprozesse komplizieren. Der Bedarf an Ersatzteilen und technischer Unterstützung könnte ebenfalls steigen. Die gepanzerte Struktur und der schwere Motor können zu hohem Kraftstoffverbrauch führen, was logistisch einige Herausforderungen mit sich bringen könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ajak AFV ein gepanzertes Kampffahrzeug ist, das für alle Anforderungen des modernen Schlachtfeldes entwickelt wurde. Mit seinem Design, technologischen Vorteilen sowie seinen Waffen- und Manöbrierfähigkeiten bietet er eine einzigartige Leistung. Was halten Sie für das beeindruckendste Merkmal des Ajak AFV? Vergessen Sie nicht, Ihre Gedanken in den Kommentaren mit uns zu teilen. Vergessen Sie außerdem nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und es mit Ihren Freunden zu teilen. Bleiben Sie dran für mehr Inhalte. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.